Die letzten farbenfrohen Blätter der Bäume wirken im Wind wie ein Überbleibsel längst vergangener Zeiten. Nun mit dem klirrenden Frost und dem fallenden Schnee verwandeln sich die Kaiserbäder in eine magische Welt aus glitzernden Flocken und eisigen Kristallen. Der Winter in Ahlbeck, Heringsdorf und Bansin verspricht endlose Strände, raue Natur und pure Entspannung. Können Sie es auch hören? Das Rauschen der Wellen, wenn das Wasser an den Strand strömt? Das Kreischen der Möwen, wenn sie durch den Wind segeln? Das Knirschen des Sandes, wenn er unter den Füßen nachgibt? Es klingt nach Urlaub, nach Entspannung und nach Freiheit. Während sich im Sommer Korb an Korb reiht, wirkt der Strand nun unberührt und endlos. Die Körbe sind eingelagert, die Sturmmöwen sind ungestört und die Seebrücken sind schneebedeckt. Während der Duft von gebrannten Mandeln und schokoladigem Lebkuchen in der Luft liegt, funkeln entlang der Promenade kleine Lichter und große Kugeln. Im Winter ist die Ostsee eine verwunschene und verträumte Welt, mit einem einzigartigen Flair und einer unvergleichlichen Atmosphäre. Eine zauberhafte Winterwelt am Meer. Mit Handschuhen, Mütze und Kufen unter den Füßen geht's auf die Eisbahn. Pirouetten drehen, Eisstock schießen oder Eishockey spielen. Wenn die Nase kalt und der Kopf klar ist, wird der Schnee von den Schuhen geputzt, die Jacke in den Schrank gehängt und die wohlige Wärme in der Ostsee Termusedom genossen. Und wenn die Geschenke unter dem geschmückten Baum geöffnet sind, die weiße Pracht wieder ins Freie lockt und sich das neue Jahr ankündigt, dann spiegeln sich die Lichter des Feuerwerks der Kaiserbäder in der Ostsee wieder. Wir wünschen eine erholsame Zeit in unserer zauberhaften Winterwelt am Meer.